hallo wenn sie einen neuen handsender aus unserem haus bekommen haben ein hs5bs dann möchten wir ihnen heute zeigen wie sie diesen handsender am antrieb einlernen können das ist relativ einfach wir haben dazu ein menü was wir am antrieb betätigen und das möchte ich ihnen jetzt gerne vorstellen hier an unserem antrieb haben wir eine prg taste diese betätigen wir für circa 5 sekunden dann leuchten die ziffern 0 0 im display des antriebes auf wir wählen die nummer 11 zum beispiel für impuls wir könnten auch die nummer 12 für beleuchtung oder die nummer 13 für teilöffnung wählen die unterschiedlichen tasten können dann dort belegt werden wenn man das möchte als beispiel werden wir nummer 11 impulsbetrieb zum öffnen und schließen des antriebes oder des garagentores bedienen und benutzen dazu betätige ich jetzt einmal die prg taste so dass die nummer 11 blinkt dann betätigen wir die handsender taste mit der wir unseren antrieb bedienen möchten die leuchtet blau dann fängt sie an blau rot zu blinken und sobald die nummer 11 schnell blinkt ist der handsender programmiert jetzt bestätigen wir unsere programmierung einmal über die prg taste und gehen mit der pfeil zu taste auf das hauptmenü 0 0 zurück betätigen einmal die prg taste und der antrieb ist betriebsbereit ja das war schon alles von der programmierung mehr brauchen wir gar nicht machen bei bedarf können wir jetzt noch teilöffnung oder die beleuchtung programmieren und so einfach funktioniert das mit der programmierung des handsenders am antrieb